Die gegenseitigen Vorwürfe über schmutzigen Wahlkampf von SPÖ und ÖVP sollen nicht weiter eskalieren. Nachdem gestern beide Parteien angekündigt haben, die Justiz einzuschalten, gab es in der ZIB 2 am Abend, nach einer längeren Debatte zwischen ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christoph Matznetter, friedfertige Töne. Es schadet allen Beteiligten und insgesamt der Demokratie, versuchen noch zu einem Punkt zu kommen, wo man gemeinsam arbeitet, solche Dinge auch abzustellen. Das ist zum Beispiel, Sie können sich sparen, irgendwelche Anzeigen, weil wir haben angezeigt, die Verhetzungsfrage. Und ich denke, dass wir keine Aufklärung bis zum Wahltag schaffen werden und daher sowieso gut beraten werden, das zu tun. Diese Abrüstung der Worte nehme ich sehr, sehr gerne entgegen, denn dass jetzt das Angebot ist, dass Sie morgen dann wirklich auch geschlossen aufhören damit, dass wir jetzt noch acht Tage eines normalen Wahlkampfes erleben. Ich glaube, dann ist jetzt ein Erleichtern in ganz Österreich spürbar. Die Parteimanager von ÖVP und SPÖ gestern Abend in der ZIB2.